Willkommen zurück zu Twilight Princess. So, wir sind noch immer im Seeschrein und ich mache es offiziell, der längste Tempel bisher, der nicht unter 5 Parts schon mal ist, das ist schon mal sicher, weil das ist der 5. Mama Mia, ich mache das alles am Stück, deshalb eventuell auch schon die ersten Anzeichen für, der Junge ist ein bisschen angesäuert, ja, mag sein, aber hier können wir erstmal mit ein bisschen Glück, ja, hier können wir hoch, bringt mir aber nicht das, was ich eigentlich möchte. Aber da konnte ich noch was freisprengen, habe ich genau gesehen und das werden wir erstmal tun und hoffen einfach, dass das den gewünschten Effekt hat. Ach komm, was will mich denn da angreifen, ne? Ich sehe nichts, also soll es mir egal sein. Okay, das war gut. A, B, mach auf, Mund auf, ja. Zack, zack und zack und bähm, du bist erledigt. So, ich will jetzt einfach mal direkt hoch, um einfach was zu kontrollieren. Nicht, dass wir, ja, 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 seht ihr, seht ihr, seht ihr, seht ihr, das hätte ich doch schon wieder fast verpasst, oder wer weiß, vielleicht wäre es doch gar nicht weitergegangen. Mia soll man erstmal erledigen. Oh, da ist doch auch schon wieder, hier ist doch was im Weg. Was soll das denn? Aha, da oben, oder? Ja, war klar. Gut. Runter mit dir. Da ist der Master-Schlüssel. Bam, der, uh, der Master-Schlüssel. Du, jetzt eröffne dir den Weg zum Boss dieses Dungeons. Jo, und der Boss des Dungeons, würde ich mal sagen, ist eigentlich auch eindeutig, wo der, wow, warte mal, bevor du da runter hechtest. Komme ich da vielleicht wieder hoch? Ich glaube nicht. Das wäre voll cool, wenn das gehen würde, aber nein, das möchte ein lieben Entwickler nicht, bis ich da hoch kann. Und dennoch brauche ich ein bisschen Energie, weil der Boss hier, keine Ahnung, ich weiß ungefähr, was das ist. Aber ich bin mir nicht sicher, ob der leicht ist oder schwer. Echt jetzt. Keine Ahnung. Deswegen möchte ich ganz gerne vorbereitet sein. Eine Fee wäre eigentlich auch ganz cool. Aber naja, haben wir nicht und damit ist egal. Kriegen wir vielleicht direkt vor ihm. Mal schauen. Ich gebe da die Hoffnung so schnell nicht auf. Nee, 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 nee. Schön dran vorbei. Schön dran vorbei, Kumpel. Richtig so. Kein Bock, mich mit euch jetzt rumzuschlagen. Wir wollen jetzt langsam, aber sicher mal mit diesem Tempel hier abschließen. Oh, das wird schön. Das wird schön. Wenn ich gleich sagen kann, okay, ich habe den Seeschrein geschafft. Oh, die Kanten ins Bett. Ja, 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 ja. Ich mache das hier. Wo, was ist das? Oder bin ich schon richtig? Oh, ich bin schon richtig. Alles klar. Na, ich mache das hier alles vorm Schlafen gehen gerade. So, es ist Freitagabend. Wir haben es jetzt Viertel vor eins nachts. Und ja, tatsächlich könnte ich mir langsam vorstellen, schlafen zu gehen. Man glaubt es kaum. Aber ich könnte es mir vorstellen. Aber ich muss den ganzen Kram hier noch bearbeiten. So ein bisschen. Und das werde ich auch definitiv noch tun. Zumindest ein, zwei Parts. Um dann die Tage ein wenig hochladen zu können. Ja. Wunderbar, oder? Ihr kriegt Videos. Und ich habe Videos gemacht. Ja. Das ist doch eine gute Sache. Für uns alle. Ich mache gerne Videos. Ja. Und es wäre schön, wenn ihr gerne meine Videos guckt. Ja. Das wäre echt klasse. Und der ein oder andere soll das ja sogar tun. Man munkelt zumindest. Man munkelt. Okay. Da lassen wir uns mal fallen. Ups. Kann ich mich da dran hängen? Kann ich nicht. das ist aber äußerst schlecht. Achso. Lass mich doch in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ist das nicht alles schon schlimm genug? Ist es nicht? Ist es nicht? Ja, ich denke mal, ich mache das jetzt. Ich gehe mal auf den anderen da hinten und versuche mich dann an die an den Grünzeug festzuhalten. Nein. Nein. Oh, Link, ey. Häng dich da dran. Schließlich müssen wir hier runter. Tippe ich. Anders wüsste ich es jetzt gerade echt nicht. Ey, keine Ahnung. Wie komme ich denn jetzt wieder zurück? Achso. Ne, oder? Ne. Doch. Hier. Boah, haben wir jetzt das nächste Riesenproblem und komme nicht zurück, oder was? In den großen Raum. Ich muss in den großen Raum. Kamera. Lass doch mal. Steck doch mal weg. Steck es doch einfach mal weg. Aber wenn ich mich umdrehe, dann. Okay. Also von da. Na, ich weiß auch nicht. Ne, das ging nicht. Das ging nicht. Das ging nicht. Das ging nicht, was du da machst. Das ging auf keinen Fall. Das kannst du nicht machen. Kannst du das denn machen? Wieso? Wie komm? Was? Hilfe. Pure Verwirrung gerade. Ey, wie komme ich denn auf so ein Ding wieder drauf? Was für eine Scheiße ist das denn? Also jetzt mal ernsthaft. Das ist voll überhaupt nicht cool. Ne, ganz im Gegenteil. Ah, treffen die sich irgendwann? Aber dann weiß ich nicht. Komme ich dann auf einen? Komme ich da drauf? Nö. Oh Leute, wie komme ich denn zurück? Ey, wie komme ich zurück? Ich kann mir das nicht vorstellen, wie ich zurückkomme. Da hoch. Das bringen mir alle nix. Das bringen mir doch alle nix. Ich komme hier. Und von da komme ich, oder? Ja, von da komme ich. Ah, ich muss doch gucken, ob sich da irgendwas trifft. Wobei, da ist so ein... Ah, 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 ah. Der da. Der könnte des Rätsels Lösung sein. Ansonsten würden die beiden sich fast treffen. Na, schauen wir mal. Eigentlich müsste ich den ja auch erwischen können. Ja, kann ich sogar. Gott sei Dank. Ja, da wird sich der ein oder andere jetzt auch wieder aufgeregt haben. Aber man hat er nicht gewartet. Hat er mir doch gesehen. Ich hab's nicht gesehen, okay? Leute, ich hab's echt nicht gesehen. Hättest du gesehen? Bringt mir nix. 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 Bringt mir nur was, wenn ich mich von da wieder rüberhangeln lassen kann. Oder bin ich mir nicht tausendprozentig sicher? Doch, bin ich. Das geht. Oh, Gott sei Dank. Geh hoch. Geh hoch. Geh bitte. Bringt mir jetzt noch ein bisschen Energie mit. Und dann sind wir glücklich und hoffen einfach mal, dass das gleich nicht ein großes Problem wird. Sollen wir da einfach locker hinkommen? Zum Boss. Ja, ja. Du kannst mich mal. Sollen mich die Kamera mal drücken? Bringt mich um. Nee, da sind ganz andere Sorgen. Aha. Ah. Okay, wir kommen sowas von locker zum Boss. Auch wenn ich gerade das böses Gefühl habe, dass ich einen Schlüssel bräuchte. Und den ich habe. Doch, das ist der große. Oh, Gott sei Dank. Oh, danke. 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 Ah, Hilfe. Hilfe. Nicht, nicht so schnell. Nicht so schnell. Nicht so schnell. Ich hasse das. Ich hasse das, wenn diese Viecher auf einmal auftauchen. Und ich noch nicht vorbereitet bin. Jetzt aber. Nein. Ja, doch. Ist gut. Ist gut. Ist gut. A zurück. A, B, B. Nimm sie. Nimm sie. Nimm sie dir. Nimm sie dir. Nimm sie dir. Nimm dir die Vieh. Oh, ich hasse das. Nimm. Du fängst eine Vieh in der Flasche. Sie erfüllt dein Herz mit Kraft, wenn du am Ende bist. Öffne mit Minus den Itembildschirm, lege sie auf B und bla bla bla. Du kennst die Prozedur. Und jetzt pack sie schnell weg, bevor du sie einfach so versehentlich benutzt. Denn wir alle wissen, du bist ein Noob und tust solche Sachen. So. Und jetzt runter da. Oh, Leute, ey. Wir sind beim Boss. Boah, ich hätte so einen Schiss, ne. Ich hasse das sowieso im dunklen Wasser. Da frage ich mich sowieso immer so, was da wohl drin ist. Also ich gehe auch nicht gerne in so einen See oder so was, ne. Also das gefällt mir überhaupt nicht. Und wenn ich das schon sehe, ich kriege einen Nervenzusammenbruch. Wie tief das Wasser ist und wie dunkel und dann sowas und... Ah. Ein Auge. Ein Auge. Okay. Das wird wohl die Schwachstelle sein. Und da kommen mehrere Tentakel raus. Ei, 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 ei. Tentakelmonster sind nie gut. Urzeitfisch. Urzeitfisch. Okay. Ja, da haben wir das Auge. Und jetzt verschluckt er das, oder wie? Oh nein, Bombenfische. Okay, was soll's. Oh. Mist. Das war... Ja, ein bisschen dumm. Aber ganz ehrlich, da habe ich nicht aufgepasst. Ja, schwimm doch. Leck damit. Schwimmen, schwimmen, schwimmen. Und runter. Und jetzt irgendwie... Näher ran. Und das Auge hier hin. Das Auge hier hin. Das Auge, Link. Das Auge. Machst du wohl... Oh nein! Lass dich doch nicht greifen. Oh, man merkt, ich bin müde. Ganz klar. Mit den blöden Schuhen. Oh, irgendwie weiß ich nicht. Ich glaube, das könnte... Könnte eine Katastrophe werden. Ich sehe da... Auge so selten. Okay, haben wir's. Das war wahrscheinlich seine erste Form. Sonst wäre es ein bisschen... Ein bisschen sehr kurz. Okay, das ist ein großer Fisch. Ganz ehrlich. Genau vor solchen Viechern habe ich Angst, dass die irgendwo im Wasser sind. Dieses Gefühl habe ich immer. Das ist das Auge. Okay. Ja, der sieht jetzt groß aus, aber ich glaube, so schlimm wird's bestimmt nicht. Weil solche großen Gegner sind eigentlich immer ganz human zu besiegen. Okay. Wir können das gut anvisieren. Wir können das gut anvisieren. Wir versuchen uns da mal ranzu... Äh... Da dran zu ketten. Ja, komm. Ja, hat geklappt, hat geklappt. Und du? Ah, okay. Okay, wir werden abgeschüttelt. Ja, aber ist ja insgesamt, ne... Jetzt nicht so das dramatische Problem. Irgendwie. Komm, Link. In Stellung. Nimm das! Nochmal. Einmal noch, oder wie? Ist ja puppeneinfach. Das ist ja wenig puppeneinfach. Was soll das denn? Kommt noch eine Phase? Ich hoffe zwar irgendwie nicht, aber so wäre es natürlich ziemlich leicht gewesen. Harter Tempel. Leichter Bossgegner, oder wie? Okay. Tatsächlich ist vorbei. Da ist er ja. Der letzte Schattenkristall. Versprochen ist versprochen. Also gib ihn mir schon, ja? Ja. Jetzt schau mich nicht so an. Ich brauche ihn nun einmal. Dafür werde ich dir auch helfen, mit Santo klarzukommen. Ist ja schrecklich, wie der sich als König des Schattenreiches aufspielt. Seine magische Kräfte sind nicht seine eigenen. Und mit diesem Teil werde ich dir das beweisen. Ist doch in Ordnung, oder? Also, ich habe jetzt, was ich wollte. Tut mir leid, dass ich dich bis jetzt so hin und her gescheucht habe. Also gut, gehen wir? Ja, wir gehen sofort. Aber das nehme ich mir vorhin noch. Herzcontinier erhalten. Ja, ja. Noch mehr Energie für uns. Ja, und wo andere Spiele jetzt eigentlich schon aufhören würden, geht das ja hier erst im Grunde los. Willst du wirklich weg von hier? Du bist sicher, dass du nichts vergessen hast? Jo. Ich sammle nichts mehr. Äh, ja. Wenn man mal so bedenkt, das Spiel geht jetzt bestimmt schon knapp zwölf Stunden. Also, die meisten Spiele heutzutage, wenn da einfach, wären wir schon lange durch. Und das geht erst los jetzt so richtig. Jetzt geht die Action erst los. Speichern. Ja, weh. Du speicherst das nicht. So, Leute. Ich speichere hier jetzt ab und wir beenden dann auch den Part und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Und ciao. Übrigens zwölf Stunden. Habt ihr gesehen? Ciao. Bis dann. Bis dann.